Hey, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Brookhaven zusammen mit der Isi. Hi! Wir sind heute die gute Schwester, nicht, und die böse Schwester. Das ist die Isi und wir haben hier das Haus bekommen. Ich bin gut! Oh mein Gott, oh mein Gott, du bist überhaupt nicht, du bist gefährlich, du bist gemeingefährlich. Wir haben hier das wunderbare Haus bekommen und unsere Eltern sind im Urlaub und deswegen, ähm, sollen wir hier ein bisschen, ne? Bitte, nach der Ordnung gucken. Ich denke, was auf jeden Fall wichtig ist, was wir auf jeden Fall machen sollten, was unsere Eltern gesagt haben, ist das Hausputzen. Deswegen würde ich sagen, können wir damit anfangen, oder? Siehst du dich da? Ah, ich weiß nicht so genau. Ich würde mir erstmal was Cooleres anziehen. Okay, was Cooleres anziehen. Ähm, dann, dann zieh du dir mal was Cooleres an. Ich suche mir den Staubsauger, der muss hier irgendwo versteckt sein. Staubsauger, Staubsauger. So, dann kann ich schon mal anfangen. Hier, da, 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 hier schöne Reihen. Da, 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 da. Äh, da ist unser Saugroboter kaputt gegangen, das ist voll schade. Aber, na gut, dann muss ich halt manuell das ganze Haus sauber machen, das ist kein Problem. Hier, schön im Buhalpool, da spritzt man immer mit dem Wasser, das kann man auf jeden Fall aufsaugen. Und fertig. Okay, bist du umgezogen? Wir müssen auch gleich los zur Schule, gell? Ja, Schule, ach come on, was soll das denn? Jetzt Schule, ach come on. Ja, lass doch was Cooleres machen, wir müssen doch nicht jeden Tag zur Schule gehen. Ich glaube, Schule ist schon auch verpflichtend, nein? Wenn wir ein-, zweimal spielen, Ronja, was soll denn da passieren? Ja, keine Ahnung, dann werden wir aufgeschrieben. Ja, und dann, dann schreiben die uns auf. Ja, und dann kriegen unsere Eltern einen Brief. Oh nein, die kriegen einen Brief, Junge, unsere Eltern können gar nicht lesen, was ist dein Problem? Ja, von mir aus, dann lass uns halt gehen. Okay, warte. Aber das regnet. Nein, 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 warte, du kannst, damit kannst du nicht in die Schule gehen. Womit kann ich nicht in die Schule gehen? Mit dem Outfit, was du da anhast? Wo ist dein Problem? Warum hast du ein Mikrofon dabei? Hä, das ist kein Mikrofon. Ich meine, das geht dich gar nicht an. Okay, ich hole kurz unser Auto, ja? Kommst du mit? Okay, ja, es geht jetzt zur Schule, bis dann, schau. Es geht jetzt zur Schule, okay, ich fahre zur Schule, aber kein Problem. Zack, zack, und so, ich werde da. Warte, oh ja, Schüler auswählen, ich bin ja doch der Schüler. Und so. Okay, klasse, dann willkommen hier zum Mathematikunterricht. Du bist kein Lehrer. Heute lernen wir, was geht an. Das ist kein Unterrichtsfach. Wir sollen doch auch was lernen. Also, rechnen wir mal aus. Bevor die richtige Lehrerin kommt, setz dich schnell hin. Und ändere deine Rolle vorne. So, rechne mir bitte mal aus, was das ist. Du hast geschrieben Cookie. Und was? Ja. Das stand nicht da. Ja, doch, Hashtag, 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 Hashtag. Was ist das zusammen? Ist das ein... Durchgefallen. Okay, du bist meine Schwester, du kannst mich nicht durchfallen lassen. Du bist überhaupt gar keine Lehrerin hier. Aber es ist in Ordnung. Ich glaube, heute ist tatsächlich keiner in der Schule. Wenn du möchtest, können wir wieder nach Hause fahren. Bei dem blöden Regen habe ich dir auch keine Lust. Ja, stimmt. Da sind wir durchgegangen. Ja. Ist ja klassisches Regenfrei in der Schule. Aber das regnet gar nicht mehr. Oh, jetzt regnet es gar nicht mehr. Dann hat kein Regenfrei... Postladen neu, Mail and Packages. Oh, ja, hier ist der Postladen. Wer gab es denn schon immer? Äh, ich glaube, der ist neu. Ich glaube, der hat neu aufgemacht. Oh, wenn du möchtest... Oh, die sind alle neu. Starbucks Coffee. Das ist auch neu, oder? Das ist auch neu, aber die sind noch nicht da. Aber da können wir später Kaffee trinken gehen. Oh, da werden sich Mom und Dad auch sicher voll freuen. Okay, ich gehe sicher nicht in den Bücherladen. Okay, möchtest du Briefe an fremde Leute verschicken, damit die eine Überraschung haben und sich freuen? Weißt du, was ich gerne machen würde? Ich würde gerne die Briefe durchsuchen nach Geld und das dann rausnehmen. Warte, was? Ja, lass uns Geld klauen. Nein, lass uns nicht das Geld klauen. Doch, wir klauen uns das Geld hier. So, warte. Oh, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, ich glaube, kein Geld. Ich schreibe hier jetzt ein schönes Paket. Yes! So, zack. Ich habe was gefunden. Das kann nicht abgeben. Was? Ich habe Geld gefunden in einem Brief. Oh, mein Gott. Das ist jetzt mein. Das ist nicht dein. So funktioniert es nicht. Das ist ja die Jugendweihe von jemandem. Oh, die haben, oh mein Gott, die freuen sich bestimmt voll. Ach was? Die Jugendweihe ist so oder so cool. Okay, ich habe jetzt hier. Wo geht's denn hier hoch? Ja, aber das ist doch nur cool, weil du das ganze Geld kriegst. Du gehst doch fünf Jahre gefühlt in die Kirche, um da hier Sachen zu machen. Nein? Okay, ich habe jetzt hier einen Brief geschrieben, den habe ich abgeschickt. Was ist das hier? Ich glaube, das ist für, keine Ahnung, so Bedürftige, oder? Ist das so freiwilligen Arbeit in so einer Kirche? Wir werden sicher nicht arbeiten. Wir müssen nicht arbeiten, aber wäre das nicht schön? Weißt du, falls irgendwie Obdachlose da sind und die einen Platz brauchen, wo sie Essen kriegen können? Nein? Ich arbeite lieber bei Sunrocks und klaue mir Kaffee, wenn der aufmacht. Oder beim Zahnarzt und klaue den Leuten Gold aus ihren Zähnen. Oh mein Gott, es gibt ein Kinderadoptionszentrum mittlerweile. Ah, ich gucke mal, ob ich irgendwo ein cooles Baby finde. Warte, du kannst ja nicht einfach... Warte, das ist aus dem Kindergarten. Du Klaus, das Kind aus dem Kindergarten, es gibt hier extra das Optionszentrum. Ach, das wird niemand vermissen, jetzt komm schon. Ah, okay. Bring das Kind erstmal zum Zahnarzt. Okay, das ist ein Baby. Das hat keine Zähne. Das ist ein Baby. Ja, aber das macht doch nichts. Hier ist, glaube ich, der Zahnarzt. Ja, hier ist der Zahnarzt. So, können wir dem Baby mal bitte alle Zähne ziehen? Was? Es hat keine Zähne. Einmal Zähne ziehen. Ich kann dich röntgen. Ich bin vielleicht die böse Schwester, aber ich röntge keine Babys. Ich will das Baby röntgen. Ich will, dass du das Baby zurückbringst. Ich will dich röntgen, ob du irgendwelche Hirnschäden hast, weil du hier... Weißt du? Okay, geht es jetzt los? Einfach fremde Babys, Klaus. Ja, es geht los. Okay. Oh ja. Werdet ich? Oh ja. Nur, was ich erwartet habe. Und wie sieht mein Gehirn aus? Ich gucke mir das mal an. Mh, voller Zähne. Voller Zähne. Das ist gar nicht gut. Okay, ich bringe das Baby ja schon zurück. Bringst du das Baby zurück? Ja. Okay, danke schön. Was möchtest du denn machen, wenn wir hier keinen, weißt du, die nicht in die Schule gehen? Oh, wir können unsere Hausaufgaben machen, hast recht. Okay, dann lass uns nach Hause gehen. Hausaufgaben machen, Alter Ronja, was stimmt nicht mit dir? Mama und Papa haben gesagt, wir sollen unsere Hausaufgaben immer machen, wenn wir nach der Schule nach Hause kommen. Jetzt waren wir schon nicht in der Schule. Ey, das ist ein Motorrad. Oh. Das soll ich auch haben. Ein Motorrad? Yeah. Das ist voll gefährlich. Okay, ich steige auf. Okay, warte, ich steige auf. Aber fahr vorsichtig, ja? Versprichst du, dass du vorsichtig fährst? Und langsam? Ich frage es, wie kannst du dich ans Tempolimit? Warte, nein, du musst rechts fahren. Du kannst nicht auf den mittleren Balken fahren. Ah, ich fahr lang, wo ich will. Oh mein Gott, das ist, ja. Räder drehen durch. Ah, okay. Nein. Oh. Ah. Ah, schwierige Sache. Ah, steckst du wieder auf, okay. Ich hab meinen Führerschein halt noch nicht. Oh mein Gott, du fährst ohne Führerschein? Wie macht er das, dass da Feuer rauskommt? Das will ich auch können. Äh, ich weiß es nicht. Leider haben wir das nicht. Wir haben leider kein Feuermotorrad. Mann, Mann, Mann. Wie ärgerlich. Okay. Wo bist du? Bist du zu Hause? Finger weg von meinem Hamster. Okay, du kommst hier nicht rein. Oh nein, 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 nein. Du hast noch... Oh, ich hätte es dir nicht sagen sollen. Du kommst hier nicht rein. Nicht Goldi, mein Hamster. Das ist ein Goldhamster. Okay, was mache ich denn? Dann gehe ich woanders einbrechen. Kommst du denn einbrechen irgendwo? Okay. Wollen wir nicht das Haus putzen? Wollen wir nicht uns schön abends essen? Nein, nicht mein Hamster. Oh, man abschließt. Oh Mist. Wieso bist du denn schon drin? Ich bin schnell und ich bin auf der Suche nach meinem Hamster. Ich gehe jetzt hoch, ohne dass du hinkommst. Okay. Sag mir, wo du ihn versteckt hast. Sag mir, wo du ihn versteckt hast. Ich glaube. Okay, äh, hier. Zack, zack, zack. Okay. Wenn ich hier bin, kann ich auf meinen Hamster aufpassen. Der ist hinter dem Spiegel. Wo bist du? Ich bin in meinem Schlafzimmer. Und ja, wo ist dein Hamster? Nein, dein Hamster ist leider weg. Er ist weggelaufen. Naja, was will man da wohl machen? Es ist eine Tragödie. Aber gut. Was soll man da tun? Schade, schade. Mein Hamster. Okay, alles gut, mein Kleiner. Okay, ich koche uns das zu Abendessen in Ordnung. Ja, das ist eine wunderbare Idee. Dann habe ich hier ein bisschen Milch. Und ich mache Milchreis, ja? Aha, ich gucke ein bisschen Fernsehen. Und dann mache ich hier zu. Und dann am Ofen. Erst mal Hände waschen, bevor man kocht. Wir waren ja auch draußen schließlich. So. Oh, ich will so ein bisschen Apfel in deinem Milchreis. Aha. Oh ja. Das habe ich mir gedacht. Gemüse ist nämlich wichtig. So. Dann kommt das hier nämlich an. Das ist Apfel-Gemüse. Äh, Obst meine ich. Ich meine, im Endeffekt rumbinum. So. Dann ab in den Ofen damit. Und zu den Atten. Okay. Gut. Dann bin ich gleich fertig. Äh. Aha. Hast du das Baby? Du hast es doch zurückgebracht. Wieso hast du das Baby denn schon wieder? Hallo? Das ist, äh, das ist mein Baby. Ich dachte, wir haben das Baby zurückgebracht. Ja, das ist meins. Das habe ich vorhin bekommen. Na, 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 na. Du warst nicht, du warst nie schwanger. Du kannst nicht einfach ein Baby kriegen. So funktionieren Babys nicht. Äh, Ronja, du hast keine Ahnung, wie Babys funktionieren. Oder hattest du schon mal eins? Nein, ich habe keine Ahnung, wie Babys funktionieren. Ich schon. Aber ich glaube, so funktionieren sie nicht. Du kannst nicht einfach das geklaute Baby von vorn. Du hast es geklaut. Du hast es geklaut. Du weißt ja überhaupt nicht. Es ist das gleiche wie vorhin. Deswegen bin ich die kluge Schwester und du bist die dumme Schwester. Äh. Du hast einfach ein Baby geklaut und tust jetzt so, als wäre es deins, damit du damit wegkommst. Nein, das ist meins. Das ist... Wo ist dein Problem? Okay, das ist... Jetzt du Baby ein bisschen baden. Du gehst das Baby baden. Komm, Baby, wir gehen in den Pool. Äh. Mach mal an, geh den Mist. Okay, warte, ich mach dir den Pool. Aber kannst du... Kannst du das Baby zurückbringen? Äh. Ich glaube, ich kann es drauf verzichten. Äh. Auf das Baby, weil es nicht deins ist. Kannst du drauf verzichten? Äh, nein, darauf, das zurückzubringen. Okay, okay. Aber was du bedenken musst, ist, Mama und Papa kommen heute Nachmittag wieder. Oh, ja. Aber guck mal, das ist doch gerade bei Abend. Wie wirst du denen erklären, dass jetzt auf einmal ein Baby hier ist? Ja, das müssen sie doch nicht wissen. Willst du das Baby verstecken? Das schreit doch auch, das hat Hunger. Womit willst du das füttern? Wir haben überhaupt gar keine Babynahrung. Okay. Ich gebe ihm einfach Wasser aus dem Pool. Aber brauchst du jetzt nicht Babynahrung? So, so anrührer Milch? Ja, dann besorg ihm doch ein bisschen Milch. Ich gehe Milch besorgen. Weißt du was? Weil ich sorge mich um das Wohlergehen von deinem geklauten Baby. Ich gehe jetzt in die Stadt und ich kaufe Babymilch. Cool, danke. Okay, wieder da. Ich hoffe, sie hat ihr Baby noch. Hi. Ich habe hier Babymilch. Kann ich... Ich gebe sie dir mal, ja? Gib her. Okay, cool, danke. Du sollst sie nicht selber trinken. Aha, aha. Das ist für dein Baby. Wo ist das überhaupt? Ah, hier ist es doch. Ja, hier, Baby, nimm die Milch. Okay, immerhin. Äh, okay. Weißt du was, es ist nervig. Du kannst es füttern. Ich will das Baby nicht füttern. Ich gehe jetzt schlafen. Es ist schon um acht. Jetzt nimm das Baby. Was? Ich will nicht mehr. Es ist dein Baby. Du hast gesagt, du hast es gekriegt. Ja, okay. Äh, warte mal mal. Papa ist auch noch nicht da. Die meinten doch, die kommen Nachmittag. Das ist schon Abend. Oh Mann, muss ich jetzt noch einen ganzen extra Tag alleine mit dir verbringen? Ich gehe schlafen. Ich gehe hoch. Ich bin todmüde. Warum hast du eigentlich den Kamin angemacht? Ah, damit es dir ein bisschen warm ist. Für Gemütlichkeit. Sag mal, was würdest du sagen, wenn wir das Haus ein bisschen fürs Baby einrichten? Wir können das Haus ein bisschen fürs Baby einrichten. Das ist eine gute Idee. Du hast eine gute Idee gehabt. Okay, ich habe alle Sachen fürs Baby. Guck, ich habe hier eine kleine Klappe. Und dann haben wir hier den kleinen, keine Ahnung, Bereich mit dem Teppich. Da ist er auch schön. Oh mein Gott. Easy. Cool. Easy, das Haus brennt. Das Haus brennt. Wir müssen es schnell löschen. Das Haus brennt gar nicht, Ronja. Ich weiß nicht, warum du das. Guck, guck, guck. Dreh dich um, dreh dich um. Oh mein Gott, das brennt alles. Oh mein Gott, wir müssen uns beeilen. Oh nein, das Baby brennt. Oh mein Gott. Das Baby brennt. Fast. Okay, warte. Ich lösche. Brennt es oben auch. Ich gehe hoch, okay? Hast du das Baby schon in Sicherheit? Ich habe hier unter Kontrolle. Okay, warte. Das ist wegen dem blöden Kaminfeuer. Das ist viel zu gefährlich. Ich bin nicht hochgekommen. Du hättest ja auch darauf achten können. Ich habe ja geschlafen. Ich hätte achten können, ja. Oh mein Gott, hier oben brennt alles. Okay, hier löschen, 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 löschen. Zack, zack, zack. Hier ist das... Oh mein Gott, das ist das Schlafzimmer fürs Baby. Dabei ist das so eine süße Krippe. Okay, kannst du das Baby hochbringen? Hier ist es sicher. Vielleicht sind unten noch die Rauchdinger für den ganzen Feuer. Okay, hier ist gelöscht. Nächstes Zimmer ist auch gelöscht. Haben wir die Garage? Hä? Haben wir die Garage? Ja, 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 ja. Ich bin gerade an deinem Computer. Okay, du bist gerade... Ich lösche hier das Haus vor einem Feuer, was du gelegt hast. Du bist an meinem Computer. Ist das dein Ernst? Was sprechst du denn für Nachrichten, Ronja? Was? Oh mein Gott, nicht auf meinem Computer, nicht auf meine Nachrichten kommen. Oh mein Gott, ich bin privat. Das ist ja sowas von interessant hier. Hallo? Nein. Das ist privat. Warte, ich lade noch ganz kurz den Virusende runter. Okay, ich bin fertig. Oh mein Gott. Äh, ich warte, ich mache schnell den Kopf. Ja, dann lasse ich dich und das Baby mal allein. Computer aus. Ich bin noch verabredet. Ciao. Äh, tschüss. Vielleicht ist es besser, wenn du gehst. Dann passiert hier nichts. Äh, warte, warum grinst du denn jetzt? Oh, ich wollte nur den Grill anstellen. Okay. Gut. Dann gehe ich mit dem Baby hier auf das Baby aufpassen. Es schläft auch süß. Easy. Easy, der Grill brennt. Easy. Okay, warte, ich muss hier irgendwo anrufen. Easy. Hallo? Kommst du zurück? Hallo? Easy? Du hast den Grill angezündet? Hallo? Wo bist denn du? Okay, weißt du was? Dann rufe ich die Feuerwehr. Dann rufe ich die Feuerwehr. Da hilft alles nichts. So. Eins, eins, zwei. Und... Hallo? Ähm, meine Schwester hat erstes Haus angezündet und jetzt brennt sie, glaube ich, unseren Garten nieder. Ich brauche dringend die Feuerwehr. Wir sind hier bei Haus Nummer, ähm, 14 ist das. Genau. Hab dein Geld geklaut. Danke, bis gleich. Wie, du hast mein Geld geklaut? Oh Gott, ich hoffe, Mama und Papa kommen bald zurück. Kannst du nicht mal auf dein Baby hier aufpassen? Oh, mein Gott, das ganze Haus ist auch eine riesen Unordnung. Kannst du dich um... Okay, die Feuerwehr kommt. Die kümmern sich um den Grill. Ähm, das Geld ist sowieso weg. Ich muss mich um das Baby kümmern, schätze ich mal, weil Easy das nicht macht. Ähm. Ich gehe schlafen. Ich glaube, ich gehe schlafen. Das Baby, dem geht's gut. Ich nehme das mit hoch. Okay, Baby, pass auf hier. Die Easy hat schon wieder das Haus angezündet. Das heißt, wir müssen hier nochmal löschen. Wer hat denn hier den Grill angelassen auf 1000 Grad? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Kinder, ich bin zu Hause. Äh, Mama? Hä? Hi. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. Warum liegt hier Asche? Warte. Kinder? Mama, was ist hier los? Kannst du mir mal erklären, was hier passiert ist? Hi. Lilly und ich waren die ganze Zeit weg und auf einmal brennt das Haus, oder was? Ähm. Ihr habt den Whirlpool angelassen, ihr Nasen. Ihr sollt ihn doch ausmachen, wenn ihr fertig seid. Entschuldigung. Äh. Warte, jetzt guck ich aber mal nach oben. Warum liegt da eigentlich Babyzeug? Das ist, weil die Isi ein Baby mit nach Hause gebracht hat. Das Beinezimmer brennt. Ich hab das schon versucht zu löschen. Ah, es ist... Ich... Oh Mann, was ist denn hier passiert? Ihr habt die Baby? Es tut mir leid, ich hab versucht, die Ordnung zu halten. Ja, sie meinte, sie hat es irgendwo her. Na, wo ist denn deine Schwester? Keine Ahnung, wo die hin ist. Die ist voll hinweg gelaufen. Oh nein, Ronja, du hast echt versagt. Ich bin schwer enttäuscht von dir. Ich hab alles versucht. Es tut mir voll leid, Mama. Unser schönes Haus. Ich geh jetzt erstmal dieser Isi eine, die Leviten lesen. Okay. Du das. Bis dahin hast du Hausarrest. Es tut mir leid, ich hab Hausarrest. Okay, na gut. Na gut. Na, halte ich mich wohl dran. Und wird das Baby los? Das ist nicht meins. So, das war's mit dieser Folge. Gute vs. Böse Schwester. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Seid ihr eher eine gute oder eine böse Schwester? Bist du eher eine gute oder eine böse Schwester, Isi? Ich bin eine sehr gute Schwester. Du bist eine sehr gute Schwester. Hat man das gesehen. Hat man gesehen. Okay, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Schaut unbedingt bei Isi vorbei. Der Kanal ist in der Infobox verlinkt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.